Wir machen jetzt die Mystery Box von Frozen auf. Die habe ich am Flughafen gekauft. Die hat 8,50 Euro gekauft. Nee, 8,90 Euro. Okay, schauen wir mal gleich rein. Das ist noch eine Überraschung. Freundinnen-Tattoo. Ah, so Nägel für Nägel auch. Das haben wir zweimal bekommen. Wir schauen weiter. Okay, jetzt noch so ein kleines Büchlein. Ist das ein Malbuch? Nee, doch. Das ist cool. Ja, cooler gefunden, wenn da jetzt noch Stifte dabei gewesen wären. Vielleicht. Okay, das ist natürlich auf Italienisch. Auf der Rückseite ist Olaf. Und das war's. Ich glaube, das war alles so hier so drin, damit die Tüte so ein bisschen fetter aussieht. Wir öffnen jetzt mal. Was ist das denn? Okay, das war da dran. Okay, jetzt... Okay, jetzt...